Hallo lieben und herzlich willkommen zurück zu South Park, die rektakuläre Reisprobe. Wir sind hier anscheinend in Professor Chaos Dingenswomens, ja, Dingenswomens, seit einem Vergnügungspark, glaube ich, zumindest hört es sich so an. Diesen Schlüssel holen wir uns doch gleich mal runter. New storage, Mitarbeiter, Bereich, Schlüssel, ein wichtiger Gegenstand. Na, dann kann ich hier sicher rein, oder? Hui! Die Musik hört sich zumindest so an, wie bei einem Vergnügungspark, so einem kleinen Horrorvergnügungspark. Champion anzu... Uh! Uh, uh, guck mir den. Wo ist der denn? Oh yeah! Oh yeah! Haben wir eigentlich eine neue Kopfbedeckung bekommen? Ich meine, ich finde die ja ganz cool. Aber... Nein! Aber nein! Okay, lassen wir das. Bart... Nein, ich will kein Bart, ich bin immer noch ein Mädchen. Ein Artefakt haben wir letztens bekommen. Nehmen wir das hier. Inventar haben wir einen neuen Gegenstand. Ach ja, die Tokens-Spint-Kombination. Kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht. Ich mag die Musik. Die ist toll. Kann ich hier noch irgendwas machen? Bevor ich weitergehe. Ich möchte alles sammeln. Ich habe diesen Sammlerzwang! Der muss befriedigt werden! Ach genau, da war ich drinnen. Nein, da war ich drinnen. Blödsinn. Warum steht denn da Chaos jetzt? Da muss ich rein. Nein, doch nicht. Da muss ich durch. Okay. Warte mal, gibt es hier noch irgendwas? Ey, das finde ich nicht cool mit den Puppenkopfen hier. Das finde ich nicht cool. Wow. Das finde ich nicht cool. Du bist. Mäh! Hier, Miets, Miets! Hey, Alter! Was? Was denn? Ihr werdet meine unneinnehmbare Festung niemals überwinden! Ah ja. Kann ich hier nicht. Nein. Oh nein. Oh nein. Stan, kann ich nicht mit dir reden? Aha. Komm her. Ein guter Tag, um Diabetes zu haben. Ein guter Tag, um dich anzufurzeln. Jetzt geht's ab! Boom. Jetzt ist uns das Ding im Weg, Alter. Hab keine Furcht. Wunder, es wird seine fantastischen Zeitkräfte verbinden. Oh ja. Hä? Oh ja, mein Lieber. Tada! Siehst du? Hey, ich hab auch Kohlekräfte! Oha! Ich hab bessere! Ihr werdet meine unneinnehmbare Festung! Ihr habt Chantal überwunden! Chantal? Oh. Okay. Schade. Ich dachte wieder, siehst du was? Ah, du wirst schärmen, wenn du da weitermachst. Okay, dann müssen wir wieder drauf gehen. Das ist zu. Dann nehmen wir sie. Ich sehe euch! Dachtet ihr wirklich, ich hätte keinen Plan B? Bist du euch klar, wie viel erler kein Mann mit 20.000 Dollar kaufen kann? Butters, geh nach Hause! Wir suchen nur ne verschwundene Katze! Das könnte euch so passen, Kuhn-Friends! Butters, wenn dir jemand Geld gegeben hat, steht das rechtmäßig unserem Franchise zu. Und allen! Oh nein, weißt du? Mehr Geld heißt, mehr Lakaien! Mal sehen, was ihr dazu sagt! Na toll! Toll! Ganz toll! Fürchtet die Boten der Willkür! Es ist Zeit für Zerstörung! Ähm... Das schaut gut aus! Was macht das mal? Boom! Los, Lakaien! Das könnt ihr besser! Zeigt ihnen, Lakaien! Nein! Nein! Dein Zug gehört jetzt Kuhn-Friends! Warum gibst du dich mit Schwächlingen ab, Toolshed? Ja! Warum's denn? Fick dich, Chaos! Boom! Gegen meine Lakaien-Horde müsst ihr euch schon mehr anstrengen, Kuhn-Freunde! Ähm... Ha! Hm! Ihr habt nur ein Sandkorn aus der Sand-Tour eures Untergangs entfernt! Du bist Schwachkeit, aber deine Farben sind cool! Ey! Okay! Okay, er kann eh nicht wirklich was machen. Meine Klauen zerfetzen deine Lakaien! Kuhn-Kuhn! Kuhn-Kuhn! Wofür zahle ich euch denn das ganze Geld? Auf die Kuhn-Freunde, Lakaien! Kuhn-Friends! Warum schießen die eigentlich mit CDs? Sind die bescheuert? Ähm... Feuer frei! Chaos ist festgenagelt! Oh yeah! Du bist dran Neuer! Ciao! Boom! Ihr könnt nicht alle bezwingen! Das war's dann wohl! Hahaha! Von wegen Kuhn! Oh scheiße! Und was jetzt? Dank meines Geldgebers konnte ich noch mehr Lakaien anheuern! Die alle für den Mindestlohn oder weniger arbeiten! Na toll! Vamonos! Vernichtet die Kuhn-Friends! Kuhn and Friends! Wir müssen ihm mal unseren Teamnamen einprügeln! Jetzt ist Kuhn-Time! Vamonos! 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 Ähm... Puh, die haben viel Leben! Au! Meine Lakaien sind toll gut geimpft! Hm... Nein! Okay, muss ich das so machen? Platz für den Kuhn! Das hat man von zweiklassigen Lakaien! Angriffe Lakaien! Au! Richtig raus! Kräfte kann ich ihr Gerede nicht verstehen! Nageln wir sie nieder! Gesichtsvernichtung mit Bohrern! Das ist nur eine! Okay! Dann machen wir den mal hier weg! Aufschiefer Lakaien! Das sieht richtig bitter aus! Das hat richtig wehgetan! Ich werde mich mal heilen! Ich hätte vielleicht auch weggehen sollen! Los Lakaien! Das ist das Ende meiner Feinde! Ja, mach den Handwerker platt! Ein frischer Wind zieht auf! Ah, wir müssen hier ein bisschen runter drücken! Hey, oh! Du hast mein Lakaienblatt gemacht! Nein! Du wirst mich schön in Ruhe lassen! Oh Gott! Arschloat hat dich gefickt! Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache! Ja! Steh auf! Sonst fliegst du aus meinem Superschuppenteam! Ich baue euch auseinander! Der hat immer noch Full Life, aber die sind gefährlicher! Weitaus gefährlicher! Uh, das finde ich gut! Todesschrauber! Boom! Oh, verdammt! Der hat zum Mindestlohn gearbeitet! Chaos oder Tod! Chaos oder Tod! Was spinnst du? Boom! Weg mit dir! Oh Mann, ihr verliert ja! Okay, er kann nichts machen! Oh, macht das mehr Schaden? 74! Ja, macht mehr Schaden! Laservohrer! Ihr armseligen Chaos-Werkzeuge! Hab keine Angst vor diesen Super-Pellern! Nein, Stan! Los geht's, Neuer! Nicht sterben, Stan! Los, Pixie! Zeit für die Laser! Oh yeah! Ja! Kann nicht hinsehen! Das ist für Scrambles, ihr Bastarde! Er kann schon wieder nix machen! Mann! Jetzt wird Chaos geheimwerkert! Jetzt was, du gehst mal kurz darüber! Ha! Fick dich! Boom! Ganz schön! Ich hab gewonnen! Ordner mit kopierten Essens! Jawoll! Essens! War's das jetzt? Weiß der Geier! Ihr übernehmt diese Gasse und Super-Craig und ich die Dächer! Ich hätte auch gern wieder ähm... Captain Diabetes! Okay, die sind alle exklusiv! Oh! Okay, warte! Schnell passieren! Ah! Ha! Made it! Bitch! Hm... Okay, das bringt's nicht! Okay, das bringt's nicht! Okay, also wenn ich... Äh! So! So! Die sind aber auch alle exklusiv! Oh! Ich bin der Stufe aufgestiegen! Das machen wir doch gleich! Das machen wir doch gleich! Na komm! Nein! Falsch! So! Da nehmen wir etwas hinzu! Was war das hier? Was ist da jetzt? Ach so! Rätsel... Rätselmeister! Warte mal! Kann ich hier nicht drauf? Doch! Denk ich's mal ja! Ödlern an zum Kostüm! Und ne Brille! Okay! Ich kann da durch! Aber ich will vorher noch... Hier rein! Stoffstreifenmaske! So! Aber jetzt! 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 Das Chimbos äh... Schließt was? Jajaja! Mäusekot! Biogefahrgut! Aha! Nein! Okay! So mein Lieber! Die Furzkur ist wieder! Gefragt! So meine Lieber! Die Furzkur ist wieder! Stopp! Wow wow! Ha! Okay! Geschafft! Ciao! Bis dann! Ciao! So! Und jetzt? Hier runter! Kann ich die auch runterwerfen? Öhm... Ach ich komm da oben drüber! Ich bin ein Trottel! Geil! So! Bitte hier runter! und jetzt hier runter. Danke! Ach, jetzt muss ich da werden. Mann! Okay! Für den Sammler-Trieb! Gesichtsranken! Okay! Nein! So! So! Stand! Ja, aber der ist doch bei mir, oder nicht? Hi, Craig! Warum sollte Chaos einen ganzen Lastwagen in Alufolie einwickeln? Darum geht's auch nicht! Zerbrecht ihr euch echt den Kopf wegen ein bisschen Alufolie? Wer zum Henker ist das? Oh! Das stimmt mit dem italienischen Restaurant. Es gehört zu einem neuen Verbrecher-Syndikat. Wer zum Henker ist das? Ich hab keine Ahnung. Sie ist nicht registriert. Entschuldigung, bist du auf Kunstergram? Es gibt einen neuen Player in der Stadt, der alle Gangsterfamilien vereint. Okay, cool! Danke, tschüss! Du meinst so eine Art Oberboss? Leute, haltet bloß die Klappe! Wir spielen nicht mit ihr! Sieh dir mal Lagerhalle 56D an! Und hier! Nimm das! Ruf mich, falls nötig! Ich glaub, du wirst über Hilfe froh sein! Anscheinend hält sich inzwischen jeder dahergelaufene Spaß für ein Superheld! Jetzt lasst uns einfach Scramus finden, okay? Ja, ja, die Wendy! Die Wendy! Ich hab dich genau gesehen! Komm wieder her! Ich hab dich da oben genau gesehen! Ich hab kein Geld! Drei zu neun! Den Kleber brauch ich! Gut! Danke! Okay! Der Weg ist versperrt und wir haben keinen Kompressor! Sackgasse! Eine Superkraft, die nur mit nem Kompressor funktioniert, ist voll schwul! Das hier ist nicht Zelda! Fick dich, Kuhn! Warum kam ich da nicht drauf? Hier, nimm das! Ich seh hier sonst keinen, der Lava bewegen kann, Kuhn! Eh! Gut geschoben, Wunderarsch! Ja, danke! Schleimer! Maximales Wiederbelebungsserum! Aha! Okay, ich kann dich auch da rüberschieben! Ja, ich weiß! Danke, Stan! Bin nicht bescheuert! Danke! O-CHAUN So! Habt ihr Skrambles gesehen? Oh scheiße, lava! Hehehehe! Jetzt hör weiter mit dem Scheiß auf, Chaos! Nicht Professor Chaos! Sein Schurken-Complete! General Disaster! General Disaster! General Disaster! Vorsicht, rote Haare. Wisst ihr, was Professor Chaos für diese Stadt plant? Hey, du und Batters übertreibt ein bisschen. Ja, ihr braucht meine Abreibung. Das wird nicht so einfach, wie du denkst. Kante, pass auf. Lakaien, vermanus. Okay. Im Namen von Chaos werde ich euch mit Lava übergießen, bis ihr um Gnade winselt. Danke schon. Scheiß auf die Lakaien, mach den General fertig. Hier kommt der Kohl. Danke fürs Rumstehen wie ein Reh im Scheinwerfer. Tut was für euer Geld. Ja, Sir, äh, General. Na, wie wär's denn mit einer Runde Chaos, Kai? Du stehst sehr schlecht. Dein Zug gehört jetzt Kuhl & Friends. Jetzt werden Schurken genagelt. Whoa. Nö. Shit, jetzt brennt er auch noch. Fuck, sorry. Ah. Wie dumm muss dein Dad sein, um dir seine Werkzeuge zu leihen? Wenigstens hab ich nen Dad. Los von der Arsch! Yay! Boom! Ich liebe diese Attacke. Ich liebe diese Attacke. Wir sind einfach alle Karten und nicht so geil. Geils. Geils. Danke. Ähm. Ähm. Jew, pew! Two Shirt kann bei Bedarf gern noch ne Runde lasern. Vorsicht! hast du das gesehen meister auf den rotschopf er hat ohne ende das könnte brennen weniger nur noch 843 übrig nein chaos ist unausweichlich die gehören meinem bett ich brauche sie also zurück nein er brennt du kriegst das hin bereit machen für dieses flinzeln so gut gehört kleiner rückschlag scheiß auf die lakabar minibus status berecht diese grüße verneigt dich vor dem kostum kopf nein ich habe ich gemacht gemacht jetzt wird's lustig erzähl einfach du hast nicht schickt die fiesen todesmaschinen in die schlacht die mechalakai los mechalakai vamonos ey was wie schmeckt dir das was passiert wenn unsere laser sich berühren buckstrahlen zu kreuzen los wunderarsch weg mit euch zum wetter aus dem westen nähert sich der zorn das kalt laser die bilderbuch landung auf den rotschopf er hat ohne engel lakai jetzt endet der rest meines lebens ach gut er hat's gott zu dank holen der schön dass du auch mal jemand anderen mobst die spanier hier alter ran an den speck zurück ein klassischer fall für den kreuzschlitz du schaffst das die die bolische in schrift der rothaarigen sinn und geld schaffst ok ich glaube das war es na hoffentlich wir sollten moment super kreuz oh mein gott super kreuz super kreuz super kreuz oh nein halt durch scheiße ohne kompressor kriege ich die lava nicht weg halt durch wir finden was wo wir toolshed sandblaster anschließen können wir wissen doch beide dass ich so gut wie tot bin nein super kreuz wir werden dich retten mach was toolshed ohne kompressor ist mein sandblaster nutzlos dann holt den vom eingang die tore sind verrammelt schon vergessen schon ok Leute wir alle wussten als wir kuhnfreunde wurden dass es mal so enden kann ruhig bleiben super kreuz wir holen dich da raus sorry kuhn aber für mich ist die sache wohl gelaufen nein super kreuz nein nein den zieht an mir vorbei wegen ich bereue Leute zu denen ich nichts in etwa holt endlich nen scheiß kompressor was machen wir nur was machen wir nur was machen wir nur gäbe es hier doch nur ein bisschen wind ein trauriger tag für kuhnen frenz äh hä was hä 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 was machst du da bist du irre ist dir klar was für ne furzkraft man dafür bräuchte nutzer nutzer l und r um die optimalen wurz stärke zu schau ist denn das macht sein arschloch was ist passiert der neue hat mit dem schlauchenarsch die lava weggefurzt ich hab die lava weggefurzt ich hab die lava weggefurzt ha oh fuck was zur Hölle war das du arschloch das war ne injektion ins herz ich musste dich stabilisieren hast du komplett den arsch offen du hättest mich umbringen können wo kriegt man sowas überhaupt im netz super kreak du hast viel abgekriegt geht ihr ich stabilisier ihn weiter oh nein hey das war echt cool jetzt können wir die lava entfernen wann wir wollen wir sind ein klasse team voll arsch sehr gut sehr sehr gut komm mit mir wunde arsch ok general disaster bist du da general disaster sie sind alle verbrannt oder scheiße ok wunde arsch wir müssen auf den wasserturm um ein bisschen forscore action zu machen vergesst es ordnungsfanatiker hier ist chaoszone und stell den da mal ruhig der ist super nervig ja ich weiß ich bin zwar der blauere aber dir fällt sich ja auch was ein hey was ist da unten los ihr werdet für alle schäden haftbar oh scheiße ja oh oh das sieht nicht richtig aus ok warum sieht das nicht richtig aus nette zeit mal hey ach ich muss da rauf oder was hä wie soll ich denn da rauf kommen bist du bescheuert nette zeit meine oh Gott wie soll ich denn da rauf kommen du Koffer vielleicht bringt uns dein Arsch hier weiter wie denn wie denn wie denn wie denn ich hab keine ahnung na spielst du mit der raumzeit vor genie da oben gibt es bestimmt einen tollen Ausblick falls wir je hoch kommen falls wir je hoch kommen ok das bringt uns etwas näher mach weiter ah nein hä 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 wie das bringt uns etwas näher willst du mich verarschen hä bin ich bescheuert warte mal warte mal nein falsch ich hab die falsche gemacht ah 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 okay ich frage jetzt nur was bringt mir das wenn ich da jetzt rauf gehe wenn da die Lava ist was soll jetzt den rufen gut hätte ich auch die ganze zeit schon machen können wir reinstecken hup bum gah ja ja Mädchen so ne Fußgrab zu haben okay wir sind startklar also rauf da ist auch nicht unbedingt toll nur mal so gesagt so mein lieber komm her ich hab hunger wow von hier oben kann man alles sehen haha ah das ist aber doch ein schöner Hintergrund gewesen so so verbessert das Gegengift okay hier lang schnucki ey ich bin ne Frau ich bin ne Frau ja Kannst du irgendwas gegen die Lava ausrichten? ja ich kann sie wegfurteln ich bin ne Frau Alter wie sich das anhat hoppum warte boom okay dann mal weiter voll Arsch natürlich kommt er mit natürlich geht er mit wegen der Wendy es war so klar wo ist sie denn jetzt überhaupt? was haben wir hier? ah ja ah ja ähm gut gut ich hab das Ding weiß nicht ob ich das ausschalten kann oder nicht was haben wir denn hier? ne oh yeah ja fett und das auch so was haben wir hier wieder passt alles abklappern ähm ah was nehmen wir denn da? nehmen wir das da achso ich habe ja noch einen Adrenalinstrang bekommen erhalte mystische rothaarigen Eigenschaften die von der Wissenschaft nicht zu erklären sind unter anderem eine fiese Sonnenallergie taktisch sinnvoll für Heilungs- oder Beschwörungssätze ne nope so Lava wird fließen Chaos wird herrschen äh uah 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 Chaos best- ba-bam ich hab keine Angst vor nichts und niemandem doppelte Verneinung genau Chaos da bin ich in der Warsch Lakai bereit nein dein Zug gehört jetzt cool and friend lust auf ne Runde Chaos haia wenn du dich mit dem Kuhn anlegst dann auch mit seinen Freunden ja ja wenn wir dazu kommen wenn wir dazu kommen noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn & Friends die Stunde des Chaos steht bevor Määä bäh selber muah mää hm das was die Gerechtigkeit kommt ohne Anleitungen du bist tot Uau und deswegen trägt man immer eine Schutzbrille Au Aua Du bist sowas von tot Knie nieder vor Chaos oder verwirke dein Leben Entfessel das Chaos Ich bin drin? Okay Heilung Wurde aber auch Zeit Vielleicht kriegt er alle rein Nein, gell Natürlich Warum hauen die eigentlich auch so auf die Kacke? Augen zu, Kinder Der Kuhn macht jetzt ein paar nicht-jugendfreie Sachen Du bist jetzt Chaos Oh, ganz schön heiß Loco Americanos Was packst du denn? Ei, 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 ei Zu viel Sangre Laut Wetterbericht Hagels Schläge Pew, pew Gelasert man Auf sieh, Wunderarsch Spitzel Chaos Raketenbausatz Einfühlungs-DVD für Chaos Angestellte Ah ja Infernale Zeichenrezept Wofür? Wofür? Ah, das ist ein Artefakt Okay Was kann das? Ultimativ-Kraft-Erholung Dann nehmen wir es Stattdem So Weiter geht's Ich höre Katzen Wie spät haben wir es denn Oh shit Hey, was zur Hölle? Wer ist das? Oh mein Gott Der Selbstjustizler Ganz genau Der Kuhn Und so ein kleines fettes Kind Wo ist diese Katze? Das ist echt Qualitätsware So eine Katze würde direkt an den Boss gehen Du Idiot Du sollst sie nicht erwähnen Jetzt müssen wir die Scheiße umlegen Oh oh Ich sehe die Drogendealer Gerechtigkeit von oben Das ist für Scrambles, ihr Bastarde Das sieht nicht gut aus Platz für den Kuhn In Deckung Verbrechen zahlt sich wohl doch nicht aus Eric, Eric, Eric Gott sei Dank Drogendealer Scharf Schlaf 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 Ganz schlecht Okay Ersau das nicht, Blödsack Wir machen das hier Vorsicht Ihr wisst nicht, mit was ihr es hier zu tun habt Doch, natürlich Natürlich. Was für eine hübsche Leitshow. Oh, die Katze. Kuhn, krallen raus. Das steht so, aber nicht im Arbeitsschutzgesetz. Nein. Oh Gott, Arschloch hat dich gefickt. Oh. Jetzt bin ich aber mal dran, Leute. Ähm. Verprügel einen Gegner mit dem Selfie-Stick. Verursache bei einem Gegner Schaden und eine Verteidigungsverringerung. Oh, das geht aber weit. Machen wir mal das hier. Du wirst mich hassen. Baustürger! Entdeckung! Booyah. Jetzt wird genadet, ihr Wichser. Es geht nicht zurück. Ach, sie fertig, Safzack. Er hat mich Safzack zu nennen. Oh, da brennt schon alles. Das sehe ich erst jetzt. Oh, das ist ein Scheiß. Nein, die Katzen. Der Kalt bringt das Leid. Die Katzen. Leute. Pew, pew. Troll im eigenen Saft geschmort. Ey, Wendy. Was hast du denn für Ausdrücke? Feind erledigt. Verdammt. Schäm dich. Zeigen dir es den Scheiß-Trollen. Troll-Girl ist kein Passwort zu komplex. Bound Destroyer! Das wird ganz bestimmt nicht sein Tag. Bound Destroyer! Bound Destroyer! Jetzt habe ich es gehört. Wie geil ist das denn? Oh, lucky, wenn du das siehst. Du spielst ja gerade Phone Destroyer. Der liebe Monkey King LP spielt gerade Phone Destroyer. Also das hängt da zusammen. Unbedingt beim Anschauen hat gerade erst angefangen. Oh Gott, jetzt muss ich es erst recht weiter gucken. Ah, wie cool ist das denn? Keh, halt zu. Das hier ist nicht unser Ding. Der große Boss hat alle Syndikate unter sich vereint. Die Italiener, die Russen, die Sechskrässler, alle arbeiten für ihn. Wir tun nur die Katzen fiss in die Drogen und den Alkohol. Wer ist der große Boss? Er macht das nicht mal wegen Geld, Mann. Es heißt, er will einfach nur eine Welle von Gewalt auslösen. Wow, das hört sich gruselig an. Das ist gar kein Ausdruck dafür. Und jetzt wird der Boss erfahren, dass wir gesungen haben. Wir sind tote Männer! Echt krass, Alter! Los, hier lang! Es regnet Chaos! Halt die Schnauze, Baddus. So, meine Lieben. Die Folge geht schon sehr lange. Das war es nun für diese Folge. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wie immer in der nächsten Folge. Es bleibt spannend. Und schaut doch mal beim Monkey King LP rein. Wegen dem Phone Destroyer. Denn ich habe gehört, zwischen der Sickertroof und der Fractured Butthole ist Phone Destroyer quasi das Zwischending. Das ist ein Handyspiel, was ja gerade auf einem Omulator spielt. Schaut mal rein. Ich gebe den Link in die Beschreibung. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und sauber kacken, was ich beim letzten Mal vergessen habe zu sagen. Ciao!